Herzlich Willkommen bei i2b. Wir sind froh dabei zu sein. Ja, wir wollen uns auch herzlich bedanken für i2b, für die Veranstaltung. Es ist immer toll, wenn man die Möglichkeit hat, einen Businessplan mit sowas zu präsentieren. Guten Tag, mein Name ist Franz Silzecker. Ich bin Business Angel und Businessplan-Gutachter und Juror beim Businessplan-Wettbewerb i2b. Ich bin der Meinung, in den letzten Jahren hat die Qualität der Businesspläne signifikant zugenommen. Die Businesspläne, die hier präsentiert werden, sind besser. Sie bringen die Geschäftsidee besser auf den Punkt. Die Teams sind toll vorbereitet. Man sieht wirklich tolle Ideen, tolle Präsentationen und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Jahr, Businesspläne zu beurteilen und dann auch wieder als Juror zur Verfügung zu stehen. Ja, mein Name ist Alexander Kessler von der Fachhochschule Wien, vom Institut für Unternehmensführung und unsere Studentengruppen nehmen seit Jahren sehr erfolgreich am i2b Businessplan-Wettbewerb teil. Das bringt einerseits Motivation für die Studentengruppen in den Lehrveranstaltungen, andererseits bekommen die Gruppen sehr fundiertes Feedback von den i2b-Experten. Aus diesem Grund ist der i2b Businessplan-Wettbewerb jedes Jahr ein Highlight in unserem Studienprogramm. Hallo, mein Name ist Barbara Meier von der Sparkassenindustrie Mitte West AG. Ich bin heute zum ersten Mal mit dabei beim i2b Finaltag. Ein sehr spannender Tag bis jetzt. Sehr viele innovative Ideen, sehr viele neue Eindrücke gewonnen. Ja, also wir haben den i2b Businessplan-Wettbewerb gewonnen, sowohl in der Kategorie Dienstleistung als auch den Gesamtsieg. Das erfreut uns natürlich extremst, weil das einfach eine super Leistung ist und die uns noch einmal so richtig Kraft gibt. Stunden, Tage, Wochen, intensive Arbeit bekommen ein Gesicht. Jetzt geht's richtig los. Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben. Dankeschön. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020